Es geht um die beiden Kräfte F1 und F2 zwischen den Tischen, also wenn die Tische weiter auseinander sind, dann ist es offensichtlich anstrengender und wenn man fast senkrecht die Arme hat, ist es leichter und man kann diese Kräfte bestimmen, wenn man seine Gewichtskraft kennt. Und zwar braucht man jetzt hier ein sogenanntes Kräfteparallelogramm, da ist es. Also ich zeichne hier dieses Kräfteparallelogramm ein und dann ist die Summe der beiden roten Kräfte die Diagonale. Wieder mal wegradieren. Die Diagonale kenne ich jetzt in diesem Fall, das ist meine Gewichtskraft und die zwei roten Kräfte versuche ich zu bestimmen. Also einfach so ein Parallelogramm zeichnen und Diagonale machen. Also da reinach, meine Masse sind 73 Kilogramm und die Gewichtskraft ist ja die Masse mal der Ortsfaktor, also die 73 Kilogramm mal 9,81 Newton pro Kilogramm und das ist bei so einer Aufgabe einfach mal 10, ungefähr 730 Newton. Also das ist das hier und wenn ich das mit dem Zentimetermaß auf dem Foto abmesse, habe ich in diesem Fall sind es bei mir 10,5 Zentimeter. So 10,5 Zentimeter, diese Länge. Und F1 hat eine Länge von 6 Zentimeter und aus diesen Daten kann ich jetzt die Kraft F1 in Newton berechnen. Wenn wir da ein bisschen sauber machen, so los geht's. Ich habe hier die 10,5 Zentimeter entsprechen 730 Newton. Ein Zentimeter entspricht dann 730 Newton durch 10,5 und da bin ich dann bei 70 Newton. Und die 6 Zentimeter, also F1 Doppelpunkt 6 Zentimeter entspricht dann 420 Newton. Das ist die Kraft, die ich hier suche, also hier ist symmetrisch, also 420 Newton. Und so geht man vor bei diesen Aufgaben. Jetzt mache ich noch ein Beispiel, wenn ich mich so hinstelle, dann habe ich wieder so eine Kraft in diese Richtung und eine Kraft in diese Richtung und meine Gewichtskraft. Und das kann ich wieder so ein Parallelogramm zeichnen. FG ist das in der Mitte. Genau, hier ist FG. Und noch ein Beispiel, wenn ich ein Seil habe und dauert jetzt hier. Also, 5 Kilogramm, das heißt, hier habe ich 50 Newton wegen 5 Kilogramm ungefähr und da brauche ich jetzt wieder ein Parallelogramm. Und das Parallelogramm schaut jetzt hier eben anders aus, je nachdem. Mal ist es leichter, mal ist es schwerer. Und dann lässt sich jetzt wieder dieses F1 und F2 in beiden Fällen bestimmen. Und denkt euch, es sah noch Beispiele aus.